Hallo und willkommen in der Merkur Spielarena. Bei den Invictus Games stehen natürlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Mittelpunkt. Aber jeder, der sich schon mal mit den Invictus Games auseinandergesetzt hat, weiß, dass die Familien und Freunde, die mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitreisen, mindestens genauso wichtig sind. Hinter jeder Frau und jedem Mann in Uniform steht ein starkes Netzwerk, das in herausfordernden Momenten Stärke, Unterstützung und eine Schulter zum Anlehnen bietet. Ich habe eine Bitte an euch. Teilt die Geschichten der unglaublichen Unterstützung, die ihr von euren Freunden und eurer Familie erhalten habt, als ihr sie am meisten gebraucht habt. Lasst uns diese unbesungenen Helden und ihre Hingabe feiern.